Das heißt, wir schlagen nach vorne, brechen, richtig mit dem Körper. Hoch und hier nochmal. Mir, Katatenagel. Hier könnt ihr fixieren wie ihr möchtet. Du weißt, ihr könnt, ihr könnt das machen. Nur keine Soße. Frage. Es wirkt so, als würde es da nicht weh tun. Okay. One, two, three. Okay. Vielen Dank.